Wui! Einen wunderschönen guten Morgen am 30. April, wenn ich mich nicht erinnere. Ja, ein Tag vor dem Feiertag, beziehungsweise morgen ist ja der 1. Mai, bekanntlicherweise ist das der Tag der Arbeit. Fällt aber unglücklicherweise auf einen Tag, an dem die meisten sowieso nicht arbeiten. Auf einen Samstag. Ja, kann man sich nicht aussuchen. Obwohl, müsste eigentlich verboten sein, dass ein Feiertag aufs Wochenende fällt. Das ist ja... Heißschmetter. Nicht gut auf jeden Fall. Und ja, auf jeden Fall wollte ich immer eine kleine Produktempfehlung abgeben, für alle Querdenker und alle die, die es noch werden wollen. Und zwar war ich gestern noch mal kurz beim Lidl. Ich spring ja öfters mal kurz noch mal ein, um mal schnell eben was zu kaufen. Innerher habe ich wieder den ganzen Einkaufswagen voll und ärgere mich, wie viel Scheiß ich gekauft habe. Ist leider so. Auf jeden Fall, wenn ich mal den Kopf für längere Zeit ausschalten wollte, habe ich jetzt gemerkt, der Lidl hat hier Kettenkoks. Kettenkoks! Ne, Kettenkoks. So sieht die Büchse aus. Zack, zack, zack. Ist quasi die Nachmache von Kettenmorgen-Cola in der Büchse. Kostet beim Lidl 1,59. In Fachkreisen übrigens auch Beschleuniger, genau. Und ja, den... Ich sag mal, ich persönlich, nach fünf Büchsen, da merke ich es aber 24 Stunden. Ja, Frauen brauchen wahrscheinlich nur drei. Auf jeden Fall, haut rein! Nein!